äh du fragst eine sache buddel dir mal an dem eck ein loch warum ist hier in der treppe ein loch was wo hier wo bist du denn warum ist hier ein loch ja weil ich da hinten die lagerhalle gerade vergrößern und ich wollte wissen wie weit ich rausgraben kann ah ok ich möchte es ja nicht weiter als die treppe also also bis bis zu diesem loch hier als wenn dann in dieser flucht entlang so jetzt klicken wir was testen so sieht das inventar wieder ein bisschen was besser aus wie ganze steine und so raus was sag ich jemand wie immer banner ah dort kann man banner bauen ja mittlerweile hat es ja diese neue ähm Reiterfunktion da irgendwo ich weiß was ich jetzt gerade wieder merke hm dass wenn du minecraft spielst du spielst tatsächlich mit mehr leute die zeit auf viel schneller vor rinnt wir sind schon bei fast zwei stunden ja richtig echt jetzt ja stunde 45 abfuhr hast du dich heute morgen auch ich bin aufgestanden du meinst wann bist du morgen ins bett jetzt wird's bei mir eher treffen wann bin ich ins bett um eins glaub kenn ich wie süß ich bin um halb neun also morgens ja so gut ich hab anderen rhythmus grad drin ne bei mir war das auch so irgendwas mit halb neun ja gut ich war ja auch gut ich war arbeiten haha ja unterschied noch ja ich hab gesehen danni du warst noch relativ lange irgendwo am zocken du warst auch heute weiter Alter ihr habt mich heute morgen um fünfe viere fünfe habt ihr mich geweckt ey vor allem weil ihr meinen namen jedes mal markiert habt und dann klingelt ja das handy ich hab dich nicht einmal markiert ne aber das kennen ich war das einmal kurz hab ich mich markiert ja und dann ging das handy das war wo ich dann auch kurz wach geworden bin und dann ganze nacht über ich so Alter hast du schon die bannerfunktion reingeschaut das ist lustig wenn man zwei nachtenschichtler hat ne das ist immer echt in der Gruppe rund um die Uhr das ist so übel Alter schau dir mal die bannerfunktion Alter was denn wo bist du denn äh an der Kiste ich bin ja grad beim Banner erstellen mal da kannst du erstmal ein Banner erstellen dann hast du ein weiteres Fenster da kommst du nicht mal dann drückst du auf Dreieck dann kannst du das heimliche Muster anfangen einzustellen ach du heiliger Strohseck von Kreuzen wie den runter gehen also Diagonalkreuz normales Kreuz unten bloß ist separat gefärbt die Streifen in der Mitte und dann halt noch die Farbe separat auswählen diagonal links rechts nur eine Kante nur quer durch nur oben ein Stück diagonal verschiedene Sachen Flecken und Punkte und Muster warte warte ich muss mir das mal anklotzen ach du anklotzen ich hab das ich hab das noch nie wie komm ich denn runter auf diese Bannerfunktion äh da bist du stark fast ah ja da brauchst du aber erstmal Wolle und dann kannst du noch mehr erstellen oder was oh ja du wärst mich eigentlich auf die Brücke setzen ich wollte einfach mal fast halber reingucken und irgendwas basteln aber jetzt bin ich grad ein bisschen überfordert ja dann mach mal irgendwas und dann lassen wir uns mal überraschen was du da nachher zauberst ja da bin ich auch mal gespannt du musst dann auch die Brücke setzen naja komplett die ganze Brücke entlang auch Farben ich hab sicher schon ein bisschen was geklaut aber ich brauch noch mehr Farbe ja dann kannst du dann schlutz die Schafe alle scheren gehen oh Gott wo ist die Scheren warum ist Werkzeug in unserer Lootkiste hier also das musst du mich nicht fragen ich hab nur die eine Kiste genutzt drin was ist da drin guck einfach rein also hier daneben unsere Jukebox ja was ist damit guck einfach rein hier ist es auch drin guck ich hab nur die eine Kiste da ist ein Feuerzeug drin nein nein in der nehmende Jukebox warum ist da Werkzeug drin ah jetzt sind wir da alter Kevin ich hab nur die eine Kiste genutzt guck mal oben links am Eingang hängt mehr hab ich nicht genutzt boah ich räum jetzt mal wieder hier alles in die Kiste rein hier ich hab da oben jetzt was zu gemacht ne hier stellen jetzt mal kurz Kisten haben wir Kisten ach so da oben war offen ja weil der Dani vorhin wissen wollte wie weit unser Dach da geht deswegen hab ich da die Decke rausgerissen damit er gucken kann aber jetzt wollte er da drin ich geh immer Pflanzen töten ich brauch Farbe boah alter wie viel Holz wir hier drin haben was da los ja das war das was ich bei mir hatte ich hab aber auch gerade mal ordentlich nach Holz nachgehauen so ich geh jetzt einfach mal in die Richtung und geh auf Blumenjagd Blumen? Farbe äh ist in der Küche nix Farbe? äh ja na gut aber vielleicht find ich auch die neuen Blumen dann muss man nicht anfangen zu mischen weil sonst brüche ich zum Beispiel auch Skelette also Skelette haben wir da wir haben Tintenzäcke sind in der Küche drin dann haben wir rote Mohnblumen 12 und gelber Löwenzahn 48 ja das gibt ja mittlerweile auch viel viel mehr ja ja das ist also ach so und Knochenmehl haben wir übrigens ja ist nur eine Reihe aber die ist nix ähm ich hab Ziele wo soll ich die reinpacken? was hast du? Ziele noch mal Ziegel 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 ja Ziegel wo kann man das Ziegel äh hier ist netter Material alter was sind so viele Schippen ja die wenn du nicht leeres schmeißt die Ziegel hier unten hast du grad ein leeres Inventar? ich hab fast leeres Inventar doch grad die doch grad die warte ich zeig dir gleich ähm was brauch ich denn? ich brauch keine Rundstöcke zack 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 ich wollte keine Gemälde ok ok ich wollte rahmen und keine Gemälde wo wirst du shoppen hin? warte warte ich zeig's dir gleich äh ach ich brauch ja drecks Leder haben wir eigentlich noch Labi da? äh äh jaaa 59 und 58 ah ok krass haben wir haben wir gar kein Leder? wohl für Himmel er muss ja Kühle töten ok ja aber ich wollte keine Kühle töten ok ja aber ich wollte keine Kühle töten ne was war denn? ich hab kein einziges Leder merke ich grad tatsache dann muss ich kurz Kühle töten ähm ja schmeiß mal hier hier machen wir ähm Schaufeln Spitzhacken und Äxte rein weil das ist Material was wir brauchen wenn wir auf Wanderschaft gehen und deswegen stellen wir es auch jetzt direkt vor die Tür ich find das so geil weißt du wie du Kakteen abbauen kannst? was kannst du abbauen? wie man Kakteen abbauen kann äh draufhauen pack den Block daneben ich kann die Kühe jetzt nicht töten aber ich muss du solltest ein paar am Leben lassen deswegen haben wir glaub ich auch welche gezüchtet ja ja toll wie gesagt ich geh zum Kaktus hin und pack neben den Kaktus einen Block hin und der Kaktus ist abgebaut Kackstift ich find das so geil so wie viele Leder haben wir? 3 3 reichen perfekt boah Herr Willi du hast ja du hast echt Hacken gemacht oder? hehehehe ich hab warum was gemacht keine Ahnung du hast alles gemacht außer außer Spitzhacken ich hab alles Spitzhacken hier hehehe ich hab keine Baute ich brauch die ja für die Steinwand hier ich bin ja noch an der Steinwand immer noch dran Kaktus denn das heißt Kakteen nein nein ich mein schuldig was so ja die Wand die schrumpft mittlerweile ja ist ja perfekt da müssen wir doch mischen weil ich glaub da müssen wir ewig weit raus fahren bis wir die neuen Sachen finden das ist Gott sei Dank ich hab doch zwei Fackeln gefunden das heißt ich hab mir hier ein bisschen Licht gemacht das heißt so läuft cool cool mhm da müssen wir echt irgendwann mal eine Karte um machen und losziehen bis wir ein neues Gebiet finden und äh dann mal verbinden ja ich lass dann durchbrücken ne ich hab noch eine Achse ich hab keine Achse mehr die Achse liegt jetzt hier vorne ja ja ich weiß ich wollt bloß aber für die für die Tafeln weißt du ja okay dann brauch ich dann ne dann hast du irgendwie hast du noch Fackeln, Katar? brauchst du welche? ja ich brauch welche hier kriegst äh hier da ist ein Loch dann geht's die Spitze also ich glaub wir brauchen irgendwann mal wieder die hoch tiefbohr GmbH echt? ja weil du findest hier nur die alten Sachen da müssen wir irgendwo rausfahren bis wir neue Sachen finden und dann verbinden heißt damit ich wieder da bin ich wieder gefragt da bin ich wieder gefragt zwei Spitzhacken richtig Spitzhacken sind draußen im ah ne dann musst du welche machen mach mal ne ganze Kiste voll mit Spitzhacken weil ich glaub keine einzigen mehr kannst du mit der Spitzhacken geben? ich hab nur noch die eine oder? eine hab ich noch ja äh Moment hier ich hab mein Inventar ich muss mein Inventar lernen das ist voll haben wir noch genug Holz dafür? Holz haben wir noch jede Menge Holz hat kein Problem sein ja wird es Zeit das mal wieder abbauen hast du noch Sticks, Kevin? 18 Stück hab ich noch ja Stickies ich hab auch nur 49 hier Malte falls das du brauchst zack 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 ich hab dir alles hingelegt zack 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 liegt alles hinter mir was du brauchst da liegt auch ne Hacke drin die haben 3 Bögen die haben 3 Bögen ja die hab ich grad da in die Kiste reingepackt weil die hatte ich grad alle im Inventar davon sind 2 Bögen am Arsch und einer ist da ok gut wann haben wir das Zeug schon verballert ist das deine Karte Dani? Steine für die Welt äh könnte durchaus sein ja dann pack die Karte doch in deinen eigenen Schrank rein irgendwie überhaupt was sie da drin sucht ich hab keine Ahnung aber die lag da grad eben war die Kiste noch leer und jetzt guck ich rein und da lag da eine Karte drin oder eine Karte ja das sollte nicht passieren warte kommt nochmal kommt nochmal ein ganzer Block ich habe ja eine Diamantspitzhacke in meinem Schlafzimmer ooooh ooooh ich hoffe ich stehe wieder zurück zu werfen ich hau sie grad raus Alter ich hab 38 Pfeile in die Tasche deswegen piekt es immer so im Po oh Gott du stehst doch drauf gewöhne dich schon mal dran was du wolltest aber was oh Gott komm folge mir folge mir ah nein kann man die Blumen eigentlich für was anderes verwenden außer Deko und Farbe machen aua nein gut das war's an Steinen ok richtig Hunger aber kann mittlerweile sogar Knochenblöcke machen ja ja mittlerweile geht das auch das krass also für alle die es noch nicht wissen ähm Schaufeln und Spitzhacken und Äxte befinden sich mittlerweile draußen im Foyer wenn man zum Ausgang raus geht ähm weil das ist ja Werkzeug was man eh braucht wenn man raus geht und es wäre immer ganz lustig wenn man dann irgendwann merkt oh die Kiste ist fast leer machen wir mal kurz ne neue Stege warte dann komm ich grad mal gucken wie es aussieht weil äh ja ist eigentlich nicht zu übersehen du läufst eigentlich drauf zu wenn du zum Ausgang läufst da muss man recht puste da muss ich noch ein bisschen Fackeln setzen erstmal hier die Kisten die hier vorne ah ok ist auch mit Schildern an der Wand befestigt dass man auch weiß was drin ist gut ne das ist gut zu wissen weil ich brauch ein paar Spitzhacken die nehm ich mir mal ein paar mit sorry das heißt ein paar ich brauche eh ziemlich alles also was ist alles du machst nen Lair weil wie gesagt tu ich nicht aber ansonsten füllste wieder nach haben wir noch irgendwo Gold ähm normalerweise auch in der dinge da kann ich nämlich ein Goldapfelsymbol draufpacken was würdest draufpacken äh als Zeichen ein Goldapfelsymbol boah willst du echt neun Goldblöcke verschwenden acht acht naja na klar wo bist du das ist ja kein Partner das ist eins der wenigen Sachen mit denen man wirklich was anfangen kann weil ich sag mal so einen Creeperkopf kann ich nicht machen weil man dieses komische Schädelding bräuchte und nen äh Totenkopf kann ich nicht machen weil man den anderen Schädel bräuchte guck mal hier ja ja die Blöcke aua oh sorry einfach auswählen ja dann mach halt Gold ist ja scheißegal hast du noch Fackeln? ich hab keine einzige mehr ja ich hab noch Fackeln boah ein Berg innen im Berg in unserer Hütte wat voll geil aus voll geil aus da hat jemand wohl Berg vor den Hütten was ja ich glaub daraus können wir noch irgendwas basteln aber zuerst müssen wir mal die Dingens da abtragen oh oh ich hab schon wieder Wasser gefunden Kevin ja das ist kein Scherz ich hab hier irgendwo Wasser gefunden aber ich glaub das ist es ist Wasser was aus dem Berg macht? oh alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut ja ich mach mal wieder zu sicher sicher alles gut zumindest haben wir hier Kies ohne Ende und das ist auch nicht schlecht das brauchen wir noch nicht für Wege ja ich hab auch nicht was reingehauen und ich kriege auch immer wieder ein bisschen was also naja ich schmeiß mal wieder rein was da ist hier draußen liegt aber jetzt noch mehr falls mehr braucht ja mehr ist draußen am Wasser ich weiß echt mit Scheiß mehr Metan ich bin zwei eh mehr mehr Dani zu der Kartenaktualisierung von vorhin ähm ich hab als wir die Welt gestartet haben hab ich ähm die Welt zurückgedreht sozusagen die Karte zurückgedreht das heißt ähm dass wenn wir jetzt in ein neues Terrain reinkommen die neue Karte da ist ah ok kann man ja mittlerweile im Startmenü machen dass die Welt um 60 um deine offene Karte zurückgesetzt wird ok waren es 60 Blöcke ich glaube 60 sind es uh du? nicht du ah wir zwei Bau-EG hier wir kloppen hier Steine ab fürs Lagerhaus nachher komm mach das wir grössern das Lagerhaus ein wenig uh uh jetzt ist wieder Sand bei mir Sand? Sand oder Erde kommst du jetzt an Sand her ja fertig auch doch jetzt ist die Musik auf dem Ohr wieder zu leise vorhin war es ja wieder in Ordnung jetzt ist ja wieder zu leise das mache so so mach so oh das hört sich grad so ein bisschen nach griechischer Musik an dieses rumgeklatsche und da 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 ja dann hast du aber auch noch eine Musik auf dem Ohr als wir hier im Innen gelben Ja, ich hab ja auch meinen Stick drin und hab eigene Musik drin, aber das hatten wir ja vorhin schon. Ja, weiß ich. Ich hab ja irgendwie diese... Ich erinnere mich so ein bisschen an so ein chinesisches Restaurant oder so, die haben auch immer diese ganz gebruehige, gebruehige... Reste Start-Wein-Koch-Musik halt, ne? Ja. Boah, apropos chinesisch, Daniel. Oh Gott. Zum Japaner irgendwie noch am Sonntag? Äh, lass mir dann schon das Geld zu halten, weil Stromabrechnung und nächstes Monat kommt Kfz. Ach so, was musst du denn nachzahlen? Genug. Echt? Ja. Mehr als ich? Ja. Scheiße. Ist auch übel, weisch? Ich muss jetzt nachzahlen, einen kleinen Betrag und hab jetzt tatsächlich 50 Euro im Monat hab ich jetzt zahlen müssen. Die haben nämlich runtergestuft auf 35 Euro. Ich wollte es aber auch 35 Euro runter. Das ist doch Schwachsinn. Wahrscheinlich wegen dem neuen Zähler. Ja toll. Dann müsste ich am Ende nächsten Jahres über 200 Euro nachzahlen. Ja. Du hast gesagt, wir haben einen Lappi. Wo ist der Lappi? Ähm, in der Dingenskiste. Da, wo Gold, Silber drin ist. Ah, liegt da rum und sagt nichts. Aber verballern nicht alles, weil Lappi brauchen wir mittlerweile für den Zaubertisch. Was? Ja. Ja, den brauchst du, für das brauchst du Lappi. Und ich nehm eh nicht alles mit. Ist auch durch die letzten 2-3 Updates kam das mal raus, dass man Lappi jetzt mittlerweile zum Verzaubern braucht. Was? Okay. Dann kannst du ihn ja versaubern. Nee, sonst kann man nicht mehr versaubern. Nee, sonst kann man nicht mehr versaubern.